Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Als allererstes gab es gestern ein 100 MB, circa 100 MB großes Update. Der mobile Respawn Beacon wurde dem normalen Spiel Ranked, Duos, Trios und so weiter hinzugefügt. Das Event ist jetzt vorbei. Dann gibt es die zweite geheime Botschaft an Krypto von seiner Schwester im dritten Bunker. Welcher Bunker das ist, zeige ich euch genau. Dort gibt es wieder so einen kleinen Luftschacht, wo man nur mit Kryptos Drohne reinkommt. Und als drittes die achte Quest, die hänge ich noch hinten dran. Das soll es soweit schon gewesen sein. Viel Spaß jetzt bei dem Video. Wie immer vorher einen Daumen dalassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, dann noch rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Hau rein. Achso, ich bin ja Jumpmaster. Du bist Sprunghannes. Sprunghannes ist auch geil. Gibt es denn, gibt es nur vier Bunker? Ja, ja, es sind vier. Bei Slums ist der Letzter. Also quasi da hinten, wo gerade das Jumpship ist. Oh, wer fliegt hier überhaupt was? Kommt was mit? Nee, kommt gar nichts mit. Kurz durchlooten und gucken, was schönes gibt. Wir müssen auch einen Wind anschließen. Auf welche Ecke muss man denn rein und welche kommt man raus? Ja, ja. Hier kommt man wahrscheinlich raus, oder? Ja, schön. Also, Schnauze halten. Und ich suche einen Lüftungsschacht. Aber ich kann mir schon denken, wo er ist. Ich will nur Loot haben. Ja. Oh, da hinten ist eine Kramer. Nein! Ah, nee, ist eine goldene Sentinel. Dann braucht einer den Schädelspalter, weil ich habe eine Wingman dazu. Passend. So, ich mache jetzt kurz mal hier meine Drohnen-Action. So, jetzt geht es nach oben. Wer von euch hat einen Schädelspalter? Ich nicht. Okay. Ich habe den, kann ich ja gleich geben. So, ich spiele jetzt mal kurz die Nachricht ab. Also, einfach mal kurz chillig bleiben. Okay. 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 Sie sperrten mich ein, verhörten mich. Sie wollten wissen, wie wir den Algorithmus gefunden haben. Dann haben sie mich nach dir gefragt. Du bist ein Kommen. Das hat sie mächtig geärgert. Oh, dieser fein Controller, ey. Ich habe Ihnen nichts erzählt. Sie sagten, sie würden mich an einen sicheren Ort bringen. Okay. Ach, was haben wir denn überhaupt? Oh, Charge Rifle, deine Waffe. Goldener Rucksack, goldene, alles Gold. Was ist denn hier los? Goldene Spuddy, goldener Rucksack, goldener Helm. Oh, ich habe eine Spitfire. Ach nee, haben wir alle, ne? Ja, alle. Alles gleich. Volle, gute Gold, Junge. Elektrogewehr, das wird geil. Bruni. Du musst mir jetzt irgendwo wegstehen. Ich werde das Elektrogewehr nicht anfassen. Du hast es aber schon in der Hand, gleich am Anfang. Kannst du gleich wegschmeißen. Ich habe es aber, ja, ich werde es aussortieren. Du musst es erst mal swappen. Swappen. Also, die goldene Spitfire hat doch eh ein 2-4er drauf, oder? Oder ein 1-2er. Das ist keine goldene. Irgendwas hat sie drauf. Ist sie nicht gold gewesen? Ja, okay. Ja, hat eine goldene Lauf. Weg damit. Oh, ich fall runter. Das ist praktisch, wenn der Controller rumfuckt. Ich bleib einfach hier unten. Ich komm auch runter. Boah, ich, ohne Scheiß. Die Waffe ist echt der letzte Bullshit. Hallo. Bei mir spacken sogar diese Viecher. Alter, 440 Schuss. Okay. 600. Ey, ihr seid viel schneller als ich. Das ist schwer. Das zieht der Octane an mir vorbei. Ich bin richtig. Alter, echt ein Dorfstick. Oh, hier ist was Großes drin. Das finde ich genauso groß. Oh, hier eine Golden Alternator. ach von hinten kommt auch noch was hier ist noch eine goldene iver ich habe jetzt die goldene alternator hier ist noch eine goldene prowler die nehme ich mir jetzt mal auch noch ein bisschen abwechslung wo ist denn hier eigentlich noch leichter da so das kann weg dass das das oder ist noch ein vieh ich mag den sound von der von der alternator was seid jetzt hier wo sind die fiecher ich mach mal das ding hier hallo na hier lass uns doch einfach mal das ist ja tatsächlich nix wo müssen wir hin sagt ich liebe irgendwie die alternator nein wir wollte ich noch abstauben nein ja absolut claus nein das sind die zombie viecher die von schützen ich bin eine gute lober ich mache jetzt meine ultierei na komm die kommt doch von hier vorne oder nicht keiner weiß sind wir schon am bohren bohrt ihr grad das ist gerade fertig ach jetzt wird das geboren ach nee ist das schon fertig ne wir bohrten ach ihr bohrtet es war gebohrt ach guck mal hier vorne jetzt hab ich das jump head voll vor den last geschmissen pass auf damit die viecher uns nicht folgen ne seien scheiß ich muss selber den kopf so schräg machen muss damit ich irgendwie halbwegs wo sind die denn jetzt ah das schiff brennt gleich nein die zeit wird knapp wie sollen wir das jetzt schaffen ah da ist feuer drinnen kommt ihr jetzt noch raus oder nicht nein ich wollte nicht rein ich wollte noch ne kracht rein komm ich jetzt auch das war ja noch schwieriger ich hoffe dass die in season 6 ein bisschen was auf die kacke hauen ich hätte es hätte mir auch mehr gefallen wenn die das nicht so ein lesetext da draus gemacht hätten sondern so ein paar videoclips dazu synchronisieren bla alles so mal ein bisschen nah meinetwegen auch auf englisch was so ein bisschen bla so ein bisschen bla so ein bisschen darf ja kann man sagen darf ja darf ja 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 als moll so die ratterplatte der unerschütterliche beschütter der unerschütterliche beschütter der unerschütterliche beschütter